Hey Sportsfreunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ihr seht es schon hier oben Freunde, das Video wird natürlich durch Braun unterstützt und die haben uns für das heutige Video das Multi-Grooming-Kit 3080 zugeschickt, was wir heute benutzen werden, denn wir werden in der Challenge heute, die heute in diesem Video passiert, uns den Bart abrasieren. Für euch steht draußen die Info, wenn ihr dieses Kit kauft oder auch andere Braunrasierer, dann könnt ihr einen Monat EA Access für die Xbox One und für den PC, also sprich Origin, könnt ihr gratis bekommen. Alles, was ihr dazu machen müsst, findet ihr unten in der Infobox, denn da sind die Teilnahmebedingungen. Also ihr müsst auf jeden Fall 18 sein, in Deutschland, Schweiz oder in Österreich leben, um daran teilnehmen zu können. Und da findet ihr auch die anderen Rasierer, die Braun so anbieten und da könnt ihr euch einfach mal reinschauen. Und wenn ihr das zufällig jetzt gekauft habt, macht einfach mit, dann habt ihr einen Monat EA Access gratis. Und da bei ihr Access, Leute, gibt es natürlich nicht nur FIFA 18, denn das, was wir hier spielen, sondern es gibt noch viele weitere Sachen, die zeigen wir euch hier mal jetzt. So, ihr habt natürlich NHL 18, Madden 18 und Need for Speed gesehen. Und das letztere, Freunde, das darf ich sogar noch verlosen für alle PlayStation 4 Nutzer. Einfach einen Kommentar da lassen und ein Like da lassen und mit etwas Glück gewinnt ihr den Code für Need for Speed. Also, einfach mitmachen und jetzt geht es weiter mit der Challenge und dem Multigrooming Kit. 3080, Freunde. Also bleibt dran, schönen Kommentar da lassen, schönen Like da lassen und jetzt geht's los. Wir konzentrieren uns jetzt mal hier auf das Game, denn heute spielen wir mit Bray Wanderers. Die haben einen halben Stern gegen Barcelona auf Legende. Und mein Bruder und ich haben vorab schon mal abgemacht. Ich darf nicht mehr als zwei Tore reinbekommen, sonst muss mein Bart ab. Bekomme ich weniger rein, dann wird seiner abrasiert. Das alles, wie gesagt, mit dem Multigrooming Kit. Bapapapam, zack, 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 das geht. Dafür hat er auch mehrere Aufsätze. Das zeigen wir euch natürlich später, aber jetzt spielen wir erstmal die Challenge. Wir legen los. Ray Wanderers gegen Barcelona. Let's go! Ich komme gar nicht mehr hinten raus, Freunde. Also, das ist echt brutal, Mann. Wie macht er, macht er, wie ich spiele Katze und Maus. Was hat er denn gemacht? Und dann so einen Pass. Wir zeigen die Bray Wanderers mal, wie die hier hinten rausspielen können. Und man passt auf! Nein, 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 nein! Oh Gott, ey! Das ist echt die individuelle Klasse, Alter. Suárez haut das Ding da rein. Also, ich darf noch ein Tor reinlassen, das wird echt schwer, Freunde. Und wieder ist Barcelona hier am Zug mit Iniesta. Der spielt rein, verteidigt doch Torwart, jawohl! Und dann haut er die Kugel zum Glück aus der Gefahrenstelle raus. Aber direkt wieder, da sind wir hinten drin. Ja, da hast du recht. Messi, komm. Vorsicht, 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 nur Stellen. Also, Leute, auf Legende ist es natürlich nicht so einfach. Vor allem, wenn ein Team nur einen halben Stern hat. Oh, nein, der Mitte steht komplett frei! Der Torwart, der Torwart, stand schon hinter der Linie. Hast du das gerade gesehen? Der Sherry, Alter, hatte schon Angst, wenn der Ball kam. Okay, Freunde, volle Konzentration. Ich darf keinen Ball mehr reinlassen jetzt. Das ist Kreisklasse gegen Weltklasse hier. Und jetzt erst mal hinten raus. Boah, spielerisch gelöst das Ganze. Noch mal auf die andere Seite. Jetzt haben wir uns erst mal befreit, Freunde. Und jetzt durch die Lücke. Was für ein geiler Pass, kein Abseits. Mach ihn rein! Wo hat der denn in die Linie geschossen? Der hatte ja Todesangst, glaube ich, bei dem Schuss, Alter. Das kannst du gar nicht verteidigen. Zehn Minuten in FIFA sind noch. Nein! Ja, nein! Ist doch nicht sein Ernst, Alter. Was ist denn mit dem Schiri los? Ich guck mir das jetzt noch mal an. Ah, nein, ich wollte... Gar nix! Alter, der... Ey, typischer Suarez, Junge. Der hat ihn nicht mal getroffen, Alter. Okay. Cherry gegen Messi. Er wird reingesemmelt. Pass auf. Nein! Ich hab den noch gehabt! Dein Bart geht, was? Geht ab! Ey! Das gibt's nicht! Der Messi hat er noch so richtig schön verzögert. Ich wusste, dass er da hinschießt. Aber er hat ihn reingesendet. Ja, aber guck doch mal jetzt noch mal. Ach, der Cherry. Naja, Leute. Bart muss ab. Aber trotzdem spielen wir noch mal zu Ende. Jetzt auf totaler Angriff. Denn wir wollen ja noch den Henkelpott holen. Hier mit Brave Wanderers. Champions League Finale. Komm, vielleicht jetzt noch mal die Chance. Schön abgelegt. Die Flanke. Oh, Gesicht an Gesicht. Das kann doch nicht wahr sein. Keine Schnitte hier. Aber Suarez ist selber schuld, weil er eben die Schreibe gemacht hat. Boah, der hat sich überschlagen, Alter. Und Ball gespielt. Ich glaub, das Spiel ist aus. Ja, das war noch Ball gespielt. Ah, das Spiel ist aus. Mist, Leute. Mein Bart muss dran glauben. Wir werden jetzt loslegen. Das alles könnt ihr natürlich noch weiterverfolgen. Denn jetzt geht's los. Mein Bruder rasiert mir den perfekten Schnurrbart. Und wie gesagt, denkt dran, Kommentare lassen, Like da lassen und dranbleiben. Denn ihr könnt immer noch was gewinnen. Ja, Leute. Jetzt geht's an sein Gemachte. Jetzt wird der Bart gemacht. Und dazu hat mein Bruder mehrere Aufsätze zur Verfügung. Der Bartrimmer mit zwei Kammaufsätzen für den Bart. Dann auch für den Kopf. Ja, und dazu können wir noch die Kontur schön machen. Und wir werden jetzt mal schauen, was in mir zaubert. Am Ende soll sie ein Schnurrbart werden. Ja, und dazu können wir noch die Kontur schön machen. Ich seh das in der Kamera, das sieht ja. Jetzt musst du doch schön die Kontur machen. Das geht echt gut auf. Müsst du doch reinstecken. Das geht gut auf. Das geht gut auf. Das geht gut auf. Das geht gut auf. Das sieht doch cool aus oder? Das ist einfach nicht egal. Das hat sich mega gelohnt. Der Rasierer ist auch richtig nice. Das sage ich jetzt nicht nur so. Wir sind ja beide Barträger. Ich liebe es einfach, wenn du ruckzuck Sachen wechseln kannst. Das geht echt ruckzuck. Das sage ich jetzt nicht nur so. Denn Leute, die einen Bart haben, wissen, wie schwierig es ist, einen guten Rasierer zu bekommen. Das lohnt sich dafür auf jeden Fall. Und ihr könnt ihn sogar unter der Dusche benutzen. Da passiert nichts damit. Und dazu hält der Akku noch bis zu 60 Minuten. Das ist natürlich mega gut. Also, nicht nur der Bart sitzt, sondern der Rasierer passt auch. Ich würde sagen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Kein Thema, gerne. Und ja, Leute, das war's. Und vielen Dank auch an Braun, dass die hier die Kooperation möglich gemacht haben. Und denkt dran, schreibt jetzt einen Kommentar. Ohne die Kommentare. Wir sehen uns. Ist egal, was du schreibst. Schreibt doch mal, ey, lieber da Mexiko. Oder was für dich. Euer Väter. Bis dann und tschau.